Diese Produkte und viele mehr finden Sie auf www.freefighter.at im Shop. Schöne Ruhe, Schöne Ruhe! Schöne Ruhe! Schöne Ruhe! Schöne Ruhe! Schöne Ruhe! So, diesen müssen wir den jetzt schon anfeiern. Das ist ein arges Bedrängnis. Ja, irgendwie schon arg. Zwei so hübsche Mädels und dann gibt es solche Packerle. Ja, warte mal! Schöne Ruhe! 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 Die entscheidende letzte Runde ist Eva Vorberger und Adriana Gatto Vielleicht jetzt will ich die Eva anfangen Was ist mit dem Publikum? Die letzte Minute in diesem Publikum Jetzt gibt es einen offenen Schlagabtausch hier im Cage Und immer wieder hört man Eva Die letzten 10 Sekunden Der Kampf ist beendet Diese Produkte und mehr finden Sie auf www.freefighter.at Die letzte Minute in diesem Publikum Die letzte Minute in diesem Publikum